Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein Reigelbeinwand und legte ihn in sein Eigenheugrack, welches er hatte lassen in einen Fels bauen und wälzete einen großen Stein vor den Tür des Grabes. Und ging nach Rom. Es war aber Allah, Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, jeder folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Thalys, gehend sämtlich zu Pilato und sprachen, und versammelt von der Tür des Grabes. Eigend fraternisch ist die Rüstung für den Markt, der Tür des Grabes, die Bahn und öffnet den Lausche und dasals in der Tür des Grabes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020